Hallöchen! Ich darf heute mal Pakete auspacken. Warum Pakete auspacken? Uns geht es heute so ein bisschen um die Sicherheit im Wohnmobil. Wir haben immer wieder die Fragen, was können wir machen gegen Einbruch, gegen Entwendung, Diebstahl des kompletten Fahrzeuges. Wir kommen hier aus Kassel und in Kassel ist es tatsächlich so, ich drehe dir auch mal den Sitz um, dann kannst du ganz hoch. Ich weiß nicht, ob das so besser ist für dich. Das sieht ja richtig gemütlich aus. Bei uns in Kassel ist es so, dass letztes Jahr ganz viele Autos weggekommen sind. Unter anderem auch eins von uns und mir geht es heute mal darum, dass wir euch mal sagen, was man dafür machen kann. Es wird da wahrscheinlich noch mal eine andere Episode oder eine weitere geben. Wir gucken uns heute mal die mechanische Lösung an, wie wir es den Langfingern erschweren können, in unser wunderschönes Wohnmobil einzudringen, ohne dass wir das wollen. Seid gespannt, bis gleich! Mechanische Lösung, um ein Wohnmobil vor, sagen wir mal, Einstieg zu schützen. Warum ist das grundsätzlich mal wichtig? Also ich sehe es eigentlich so, dass wir grundsätzlich mal vier Punkte haben, die wichtig sind, dass unser Fahrzeug nicht wegkommt. Erstmal haben wir hier bei uns auch ein Fahrzeug entwendet bekommen. Man sieht tatsächlich an dem Fahrzeug keine groben Schäden. Es war dann in dem Fall tatsächlich nur so, dass wir ein, dass das Zündschloss sozusagen aufgebrochen war. Das Zündschloss war der Lenkradschutz aufgebrochen. Aber die Tür war eigentlich aus meiner Sicht offensichtlich unbeschädigt. Warum weiß ich das? Weil wir das Fahrzeug wiedergefunden haben. Darauf komme ich später aber noch mal zurück. Also grundsätzlich haben wir das Problem, Fahrzeug ist weg. Das ist schon mal schlecht, weil ich kann nicht mehr im Urlaub fahren. Dann haben wir das Problem, Fahrzeug taucht vielleicht wieder auf. Dann will ich in dem Zustand, wie das wieder auftaucht, will ich vielleicht gar nicht mehr in Urlaub fahren, weil das sieht dann nicht mehr so schön aus. Also habe Kunden gehört, die gesagt haben, das hat echt in der Seele weh getan, das Auto dann wieder zu sehen. Dann haben wir das Problem, wenn es weg ist und ich habe den Anspruch, ein neues zu bekommen, auch wenn die Versicherung zahlt, wann kriege ich denn ein neues? Wir haben immer noch Wartezeiten von teilweise anderthalb bis zwei Jahren. Immer noch. Obwohl uns immer gesagt worden ist, es wird ein bisschen besser. Es ist was besser geworden, aber so gut, dass es eben noch anderthalb Jahre dauert. Also das ist trotzdem noch sehr lang die Wartezeit. Und dann haben wir das Problem, was kostet denn das neue mehr? Ich habe einen Kunden, der hat ein gebrauchtes Fahrzeug gekauft von einem Kunden von uns, kam dann auf mich zu. Ja, pass auf, ich kam aus dem Schwimmbad und ich stand vor dem Schwimmbad, wollte in das Auto einsteigen und das Auto war einfach weg. Ja, das ist ja super. Der hat, das neue Auto kostet aber jetzt 20.000 Euro mehr. Die Versicherung zahlt grundsätzlich mal den Zeitwert. Außer du hast den Neuwert versichert, machst aber selten bei einem gebrauchten Fahrzeug. Das heißt, da wieder ranzukommen ist äußerst schwierig. Also es gibt mehrere Komponenten, die dafür sprechen, dass wir alles dran tun sollten, obwohl das Auto Vollkasko versichert ist, den ungewollten Zutritt anderer zu gewährleisten. Das wollen wir vermeiden. Und deshalb ist aus meiner Sicht der erste Punkt die mechanische Sicherung. Das heißt, mechanisch heißt einfach nicht elektronisch, weil es gibt auch eine elektronische Variante. Die können wir natürlich auch spielen, kommen wir aber in einer anderen Sendung nochmal drauf zu sprechen. Mechanisch gibt es auch viele Möglichkeiten. Das heißt, ich kann einmal verhindern, dass der Dieb oder derjenige, der sich zu zum Fahrzeug verschaffen will, es ihm erschwere, da reinzukommen. Jetzt gibt es zum Beispiel so ein schönes Blech, tendenziell beim Ducato, wir reden jetzt mal vom Ducato aus, wird unterhalb des Schließbleches beim Ducato, kleines Loch gebohrt, es wird da reingestochen und da machen die irgendwie die Tür auf. Wüsste ich, würde ich heute keine Videos machen, sondern ich hätte Besseres zu tun, würde über die Autobahn fahren und gucken, wo keiner an seinem Fahrzeug ist und Autos entwenden. Ich weiß es nicht. Ich habe aber die Schäden schon gesehen, weil es bei uns in der Vermietung schon passiert ist. Okay, also das ist nicht mein Kerngebiet. Mein Kerngebiet ist, das zu verhindern. Jetzt gibt es so schöne Bleche, die macht man dahinter, die können nicht mehr da unten reinstechen. Jetzt haben wir beim Ducato das Schöne, der hat so eine schöne dreieckige Scheibe, die kann man wunderbar einschlagen und von außen reinfassen und die Tür öffnen. Da passiert erstmal gar nichts. Die Tür geht auf, alles wunderbar, der kann rein und kann hier die Sachen ausräumen und sich einen schönen Tag machen oder zumindest mal fünf Minuten. Das heißt, wir können nicht verhindern, dass er Zutritt zu dem Auto gewährt oder dass wir ihm Zutritt zu dem Auto gewähren, weil Seitenscheibe einschlagen, Tür auf, gar kein Problem, ist die Tür offen. Auch eine Sicherung für das Lenkrad ist auch wunderbar, verhindert aber nicht, dass er in das Fahrzeug reinkommt. Das ist relativ einfach und das heißt, das Blech hilft eigentlich nur dafür, dass er da unten reinstechen kann. Wie gesagt, unser gestohlenes Fahrzeug wurde kein Loch gebohrt. Also Respekt an die Profis, die können das Schloss aufmachen und ist danach noch schließbar. Alle Dilettanten, die Löcher bohren müssen, sind nicht Profi genug aus meiner Sicht. Die müssen halt noch Löcher bohren, aber es geht sehr viel professioneller und auch denen wollen wir so ein bisschen das Leben schwer machen. Und da ist aus meiner Sicht eine gute Lösung ein verschließbares System, was wir innen installieren und abschließen können. Das heißt, man sieht von außen, dass es benutzt wird und man sieht von außen, dass es verschlossen ist. Wir sorgen also dafür, dass keiner eine Scheibe einschlägt, keiner ein Loch außen irgendwo reinbohrt und letztlich sich Zutritt zum Auto verschafft, was wir nicht wollen. Und so rückwirkend betrachtet, die größten Sorgen haben sich die Leute, die bei uns hier waren und bei denen eingebrochen worden ist, eigentlich nicht um die Sachen gemacht, die gestohlen worden sind. Meine Rede ist immer, sollen die doch die Schlüpper, sollen die doch die Socken, keine Ahnung, selbst wenn sie das iPad holen, ist alles versichert. Vielleicht in einer Inhaltsversicherung, bieten wir auch an, aber das bringt ja nichts, wenn die Inhaltsversicherung auch zum Neuwert das iPad oder ein Tablet ersetzt. Wir wollen ja jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Endgerätehersteller, aber wir wollen ja schauen, dass das, wenn es schon ersetzt wird, wird aber der psychische Schaden, dass jemand in meinen vier Wänden war und in dem Moment, wo ihr dann mit im Urlaub seid, sind das eure vier Wände, dass sich da einer aufgehalten hat. Ich glaube, das würde mir mehr zu schaffen machen, als zu wissen, ja, soll er das, hat er das halt mitgenommen. Klar, war das Neueste, war das Tollste, aber Gott, es ist halt weg, materieller Schaden. Drum meine Empfehlung, ob das jetzt von dieser Marke ist, die ich hier habe oder von irgendeinem anderen. Aus meiner Sicht ist aber diese Variante der Türsicherung, die wir hier haben, eine recht durchdachte und wir verhindern einfach den Zutritt über Fahrer- und Beifahrertür. Das heißt, diese Teile, die wir hier haben, die haben wir hier an der Seite installiert. Wir können also, wenn die Tür verschlossen ist, einen Bolzen rüberschieben, nehmen uns den Schlüssel, schließen das Ganze ab, schließen das Ganze ab, können es dann nicht mehr öffnen und haben somit verhindert, dass diese Tür von außen irgendwie ohne grobe Gewalt zu öffnen ist. Mit grober Gewalt komme ich überall rein, aber das schon mal Fahrer-Beifahrertür oder typisches Beispiel. Ich will einfach abends das Auto offen lassen, sitze auf dem Campingplatz vor meiner Markise gegenüber, vielleicht die Fliegenschutztür noch zu, ein bisschen Musik laufen. Wenn ich das hier aktiviere, kommt zu dieser Tür auch keiner rein, auch wenn ich auf dem Campingplatz bin. Also auch nochmal ein Zusatzteil, das ich einfach, ohne die Zentralverriegelung betätigen zu müssen, diese Tür verriegeln kann, ohne dass die anderen verschlossen sein müssen. Und das sind diese beiden wunderschönen Teile, die wir hier auf dem Tisch hingelegt haben. Das ist links und rechts und damit haben wir sozusagen schon mal die Tür, den Zugang über Fahrer-Beifahrer-Tür, was zu 90% der Fall ist, erledigt. Dann haben wir nicht nur Fahrer-Beifahrer-Tür, wir befinden uns im Kastenwagen, sondern wir haben auch die Aufbautür und die beiden Hecktüren. Ich schneide das mal so ein bisschen auf mit meinem profihaften Messer hier. Und schauen wir uns gleich auch nochmal draußen an, wir haben auch nochmal Verriegelungen, die eben außen an die Türen angebracht werden, sodass auch der Zutritt zu der Hecktür, zu den beiden Heckflügeltüren und zu der seitlichen Schiebetür verhindert wird. Das heißt, wir haben hier irgendwo das Blech, hier ist die Tür, die so aufgehen würde, wir drehen es so rüber und es wird so verriegelt. Können wir uns aber gleich nochmal genauer ansehen. Also das sind so, das ist so das Set jetzt mal für einen Kastenwagen. Da gibt es auch nochmal ein Set fürs Wohnmobil, da werfen wir auch gleich nochmal einen Blick drauf. Set fürs Wohnmobil und auch für alle Serviceklappen, das heißt, kommt auch keiner in meine Heckgarage. Jetzt kommt der findige Camper und sagt, kriege ich alles viel günstiger hin, ich mache mir innen an die Türen Blech. Gibt es auch ein Blech für die Tür. Also das Schöne ist an diesen Sachen, die sind außen angebracht, die sieht man und die soll man auch sehen. Das Blech, was innen sieht keiner. Wenn einer durch eine Hecktür will, ist bislang noch nicht passiert, aber wer weiß, vielleicht kommen ja die Jungs auf neue Ideen. Wenn man durch die Hecktür möchte und mit rober Gewalt da rein will, wird das vielleicht funktionieren. Wenn da aber ein Blech ist, wird also mehr Schaden anrichtet, der kommt da sicherlich nicht rein oder nicht so einfach. Aber der Schaden, den er anrichtet, der ist ja auch am Fahrzeug dran. Das heißt, mit sowas, wo ich offensichtlich sage, pass auf, ich habe was gegen den Einbruch getan oder gegen den Versuch, sage ich offensichtlich, es wird verdammt schwer. Und wir können es nur erschweren. Wir können es, glaube ich, nicht verhindern. Wenn da Profis am Werk sind, wird es aus meiner Sicht schwer, es zu verhindern. Die können zum Beispiel durchs Fenster, aber es ist natürlich wesentlich auffälliger, durch ein Fenster in ein Fahrzeug zu kommen, als es vielleicht durch eine offene Tür dann im Nachgang zu machen. Und selbst wenn die drin sind, kommen sie ja durch keine Tür mehr raus. Das heißt, ich sage mal, für die Sachen, die ich aufgezählt habe, warum ein Diebstahl oder ein Besuch hier drin, ein ungewollter, unschön ist, können wir eigentlich mit dieser mechanischen Lösung relativ einfach erschweren. Verhindern können, werden wir es nicht können, aber wir können es doch sehr stark erschweren. Ich würde jetzt folgendes sagen, wir gehen mal um das Auto rum. Dann darf ich euch nochmal präsentieren, wie wir die seitliche Schiebetür sichern und die Hecktür, damit ihr auch seht, wie es außen aussieht. Wir haben die natürlich auch schön und schwarz-matt gehalten, diese Zusatzsicherungen, dass sie einfach schön zu den Kastenwagen passen. Tendenziell ist der Kastenwagen ja nicht unbedingt immer weiß, wobei auch bei weiß sieht schwarz als Kontrast sehr gut aus. Also meistens gibt es sie bei uns in schwarz. Sprecht uns da bitte darauf an, wenn ihr da weitere Fragen zu habt. Da gibt es mit Sicherheit auch noch andere Lösungen. Ich finde die aktuell sehr sinnvoll und die werden auch ganz gut angenommen von unseren Kunden. Wie gesagt, wir gehen jetzt mal raus an die seitliche Schiebetür und gucken uns das von draußen nochmal an. Ich habe den Schlüssel dabei. Vor allen Dingen was Schönes, ihr müsst euch nichts merken. Alle Varianten sind gleich schließend. Das heißt, ich habe zwar hier vier Schlüssel, aber sind alle gleich schließend. Ich drehe das rum und habe die Tür hier gesichert. Das heißt, wenn ich jetzt aufmache, ist das komplett geblockt. Ich kann das nicht weiter aufmachen. Aber hier auch kein Schloss dran. Also sowieso auch erschwerter Zugang. Genauso ist es hinten. Können wir auch die Tür zumachen, wenn wir jetzt hier aufmachen wollen. Ich öffne mal. Haben wir das Problem, dass es hier blockiert ist. Und das hier aufzukriegen, bedarf schon grober Gewalt. Vorausgesetzt, man kommt überhaupt so weit, dass man es überhaupt geöffnet bekommt. Oder dass die Zentralverriegelung sozusagen. So, muss man natürlich mal ordentlich gegendrücken, damit das wieder richtig zu ist. Wir schauen uns jetzt gleich nochmal. Wir sind natürlich, wir machen das schon ein paar Jahre. Das heißt, wir kommen natürlich auch von unseren Kunden, von euch, bekommen wir immer wieder auch Aufgaben gestellt, wie wir was lösen. Wir schauen uns jetzt nochmal in einem anderen Fahrzeug die Lösung der Türverriegelung an. Jetzt in dem Fall einem Wohnmobil. Da war es ein bisschen tricky, weil wir hatten keinen komfortablen Zugang zur Tür. Das war ein bisschen, ich nenne es immer Bastelei. Aber ich glaube, könnt ihr euch selber gleich überzeugen, wir haben schön gebastelt oder schön installiert, kann man auch sagen. Wir schauen gleich nochmal in das andere Fahrzeug rein, wie das da aussieht. Beim Wohnmobil, hatte ich euch versprochen, ist auch ein Fiat. Aber hier sieht man wirklich schön mal, wie es geöffnet aussieht. Hier kommt der kleine Bolzen raus, der die Zusatzsicherung sozusagen umsetzt. Jetzt haben wir es hier so gemacht, oder ich möchte es mal demonstrieren. Man sieht, ob dieses Teil verschlossen ist. Ich hatte zum Beispiel einen Kunden, der hat das wunderschön zugemacht, aber vergessen abzuschließen. Das heißt, man sieht, jetzt ist es blockiert. Wenn es nicht blockiert ist, sieht man von außen, wenn der Schließschaft quer steht, dass es eben nicht verschlossen ist. Das heißt, ich kann es jetzt öffnen. Was macht der findige Einbrecher? Er schlägt die Scheibe ein und macht es natürlich auf. Das ist, naja, schade. Nennen wir es mal schade, wenn man das dann nicht entsprechend nutzt. Ja, und wie gesagt, ich glaube, der Kunde hat sich selber maßlos geärgert. Solltest du zuschauen, du weißt, wen ich meine, dass ich dich meine. Aber das kann halt einfach passieren. Du bist im Gedanken und dann vergisst du es abzuschließen. Das ist also wichtig. Und hier sieht man eben schön, hier haben wir im Nachgang auf das Plaisé dieses Schloss installiert. Wie schön wir das hier rausgearbeitet haben. Schön, gerade Kompliment an Luis. Das hat er wirklich schick gemacht. Also man kann es auch im Nachgang, wenn man Frontplaisés installiert hat, entsprechend nachrüsten. Also es ist sowieso ein Nachrüstteil. So, jetzt kommen wir mal zu einer Wohnmobiltür. Wohnmobiltür ist ja ein bisschen anders. Wir haben hier einen Hersteller. Da hatten wir das Problem, dass die Tür nicht richtig verschlossen blieb. Das heißt, wir haben hier so ein kleines Problem mit der Schließe gehabt. Wir haben das jetzt eingestellt mit einem, ja das kann man jetzt schwer zeigen, wie das innen aussieht. Aber wir haben da so einen Trick 17. Wir haben uns selber was ausgedacht, weil uns der Hersteller tatsächlich in diesem Fall gar nicht weiterhelfen konnte, dass diese Tür eigentlich in der Verriegelung bleibt. Das heißt, dies wäre in der Tür immer in die erste Rasterung gegangen. Das war nicht so toll. Wir haben jetzt dem Kunden als Zusatzsache nochmal dieses Heosave-System als Zusatzsicherung eingebaut. Das heißt, wir haben jetzt geguckt, dass wir relativ nah an das Schloss kommen, weil wenn es zu weit unten ist, zu weit oben, bringt es nichts. Und hier haben wir einen schönen Innenrahmen gemacht, weil es schwer ist, diese Tür hier einfach ein Schloss zu installieren. Das heißt, wir mussten das hier herausarbeiten, haben den Adapterrahmen herum gemacht. Und hier ist der Vorteil, hier kann ich von innen verriegeln und von außen. Das heißt, ich bin abends in meinem Fahrzeug, mache Fahrer-Beifahrer-Tür zu, schließe ab und mache hier diesen Zusatzbolzen rein und verschließe die Tür an sich und mache diesen Zusatzbolzen dazu, damit ich nochmal eine Zusatzsicherung habe. Und das Gleiche gilt, wenn ich es natürlich von außen verriegelt habe und möchte es jetzt hier verschließen. Und sollte diese Tür jetzt in die erste Rasterung fallen, kann sie nicht aufgehen. Wir sind sicher, die Tür ist dennoch verschlossen, weil wir eben diese Zusatzverriegelung haben. Also hier zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die Tür kann nicht mehr von alleine aufgehen. Und wir haben den Vorteil eines Zusatzschlosses. Hier kann also jetzt relativ wenig passieren. Also durch solche Türen geht ungern einer, der schnell in ein Fahrzeug rein will und möglichst schnell wieder raus, ohne Aufsehen zu erregen. Und wie gesagt, das ist unser Ziel. Ich werde euch auch nochmal, wenn ich es nicht schon im Vorfeld getan habe, nochmal ein paar Fotos einblenden über alle Zusatztüren hinten. Das heißt, wir haben auch für die Stauraumtür eine entsprechende Sicherung für beide, dass eben über die Heckgarage auch niemand Zutritt zum Auto bekommen kann. Auch bei den Serviceklappen sollten wir darauf achten, dass wir die nötige Sicherung einhalten. Weil es bringt uns nichts, wenn wir Fahrer-Beifahrer-Tür gesichert haben und hinten über die Staugarage, vielleicht mit einem Durchgang zwischen den Betten, kommt doch einer irgendwie ungewollt in dieses Fahrzeug. Deshalb nochmal als kleine Ergänzung, haben wir natürlich auch die Verschließmöglichkeiten der Klappen hier integriert. In der Mitte logischerweise gibt es auch von außen, ich finde es ganz schön, wenn es von innen ist, weil dann kann man es auch, naja, super abgeschlossen. Jetzt habt ihr auch von innen die Verriegelung, ja, dass es eben auch von innen verriegelt werden kann. Das ist jetzt hier nicht der Fall, weil wir kommen sonst nicht in die Heckgarage. Aber nochmal die Zusatzsicherung, dass auch hier hinten nichts rausgestohlen werden kann. Manche haben ihre E-Bikes da drin. Wenn derjenige weiß, dass dort E-Bikes drin sind, könnte es ein Argument sein, sich mal an der Tür zu versuchen und zu gucken, ob man reinkommt. Wenn die Riegel, die sind relativ klein, wir machen es also zusätzlich schwer, dass hier wirklich sich Zugang verschafft wird. Deshalb vielleicht auch nochmal bei den Serviceklappen nochmal darauf achten, dass wir entsprechend die Sicherheit einbauen. Die mechanische Sicherheit sprecht uns an. Wir können da echt ein gutes Angebot machen. Wir werden vielleicht auch nochmal im Herbst eine Aktion mit diesen Schlössern fahren. Das kostet natürlich hier insgesamt ein bisschen mehr. Da ist man schon mit Aus- und Einbauen und Nachbessern und Messen ist man schon etwas länger dran. Das ist kein Standard-Einbau, bloß wir wollten es gescheit machen, damit es einfach gut aussieht. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen hoch, würde uns freuen. Und ansonsten freut euch auf die nächsten Videos mit uns und einen schönen Tag. Macht's gut! Euer Christian! Kommand! Bis zum nächsten Mal.